Oh, der ist ja putzig, das ist Mini-Rico. Das ist jetzt Grief. Dann haben wir hier einmal Grimm. Hier haben wir die Frau von Rico anscheinend. So, hier haben wir Brian, auch Schützen-Kategorie, also Sniper. Schon wieder einen kleinen Roboter. Raphs, Unterstützer-Klasse. Ah, jetzt haben wir den kleinen Krokodil, Leute. Okay, jetzt haben wir Funk. So, hier haben wir jetzt einen Hotdog oder sowas.